hallo ich würde gerne runter kann ich nicht okay ja hunger habe ich auch das stimmt machst du mir nichts vor WTF Fuuuuck Woaaah, das ist Aston Stirbt doch, Fäze. Ich brauche mehr Mana. Ich brauche mehr Mana. Das tut wirklich weh. Euer Begleiter ist geflohen. Was für ein Vieh, alter. Wir müssen mal ganz kurz uns abskillen. Juhu, wir haben eine Stufe. Ne. Habe ich die nächste Stufe erreicht? Die weiss ich gar nicht. Funkelklub Steinkorn. Elektropanzer, Elektrizitätsschaden. Äh, wir sind Level. Level, wo steht's Level? 11, okay. Haben wir jetzt noch einen anderen Bogen bekommen, der vielleicht mehr Damage macht als unsere? Ist das selbe? Schwer simuliert. Brauchen wir nicht. Den können wir anlegen, sobald... Ach, da unten Level 13 müssen wir sein. Das Ding... Ist wesentlich besser als den wir da gerade haben und natürlich gleich mal ausrüsten. Was ist das? Das sieht gut aus. Was haben wir euch hier? Oder ich vielleicht vorher mal gucken soll. Egal. Oh, sehr schön. Das gefällt mir besser. Okay. Hier ist das Problem, dass da eine Menge Kludz, äh, Kludz und Esssteinliste drauf. Deswegen... Schlachtfeld hervampirisch. Ich geh mal da mit rein. Warum nicht? Boah. Jetzt mach ich Damage. Stopp doch, bitte. Das ist doch geil. Das gefällt mir. Ich geh mal, wie brauche ich? Drei, vier Schläge brauche ich? Da ist der Tod. Okay, hier dann noch. Treppe nach unten. Nehme ich mal kurz das Gold hier mit. Gut, dass wenn ich nicht runterfallen könnte, das wäre ich jetzt runtergefallen. Ähm... Mein Gepäck ist voll. Haltbarer Waffenrockner, dann nehmen wir den weg. Hier geht's auch nicht weiter, dann geht's ja nur nach unten. Dann muss ich nochmal ganz kurz bei der Katze Attribut verteilen. So. Und dann muss ich mal in mein Inventar und dann in mein Begleiter-Inventar und dann muss ich den ganzen... Das Gepäck eures Begleiters ist voll. Echt? Oh. Das ist uncool. Sehr gut. So, also, wir müssen das Super-Mensch machen. Sehr schön. Und Gold mitnehmen. Mein Inventar ist voll. Hat aber auch... Man muss achten, man muss... Man muss bei dem ersten Schild zerschmettern, bevor man... Mein Inventar ist voll. Haltbarer Waffenrockner... Haltbarer Waffenrockner, Ringpanser, Kettenbrühe... Okay... Ohne... Heiltranken kann man immer mitnehmen. Äh... Gold... Gold... Stirb, 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 stirb. Ah, von hinten muss man kommen. Okay. Dann kann ich ja eventuell so machen. Und von hinten dann aber so ein bisschen die Katze da kennenlassen oder sowas. Sollte ja für bei der genauso funktionieren. Stirb, 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 du Wesen der Unserwelt. Sehr schön. Ich kann nicht mehr tragen. Kartes Kampfhandschuhe. Ähm... Kolonisationshandschuhe. Inventar ist voll. Ringpanzer-Kettenhemd. Ringpanzer-Kettenhemd, äh, klingt eigentlich sehr gut. Da müssen wir nochmal ins Inventar rein, müssen den Spaß mehr wegtun. Nehmen wir das Ringpanzer-Kettenhemd. Und es gibt's... Schon besser... Aber leider nicht gut genug. Ich kann nicht mehr tragen. Das haben wir schon genommen. Dann gucken wir mal, was wir hier finden. Ne, von dir kam ich, oder? Ich glaub, von dir kam ich. Aber das ist doch... Jetzt mal ernsthaft, das ist doch kein Ort, an dem sich... ...eine Frau zurückzieht. Ich will ja nicht, dass die für Frauen kennen. Kennen aber... Also an so'n Orbs, naja, weiß ja nicht wirklich. So, go, go. Ich will eigentlich über viel drüben, viel runden oder so was. Mein Inventar ist voll. Großbogen? Ähm... Ich klick hier auf die Map. Großbogen, Großbogen. Dann hauen wir mal die hier weg. Und nehmen wir den Großbogen mit. Okay, woher ist er da bin? Ich kann nicht mehr tragen. Du sollst auch nichts tragen. So, gehen wir mal da runter. Haben wir schon gesehen, dass da was war. Oh, da war auch nur was. Äh, das ist schon weg. Hier geht es anscheinend auch nicht weiter. Oh, ich bin hier als Abfrage. Ach, hier. Was? Wenn ihr diese Option wählt, sind die Folgen. Ich verliere Ruhm, wenn ich sterbe oder was? Ich muss mich mal ganz kurz gucken. Inventar. Fähigkeiten. Quests. Inventar. Ähm. Seid mir willkommen. Erstmal verkaufe ich das Inventar meiner Katze. Äh, Begleiter. Braucht ihr etwas? Wie kann ich dir jetzt das Inventar meiner Katze? Genau. Das verkaufe ich, das kann ja nicht mehr gut genug sein, weil wir schon viel länger unterwegs sind. Also bekomme ich das nicht mal alles. Das kann verkaufen, 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 verkaufen. Verkaufen. Fäuste vampirisch. Schweigehexen, Zauberstab. Ich verkaufe den mal. Auch das kann man verkaufen. Das kann man verkaufen. Und das. Das. Eispanserring. Oh, Elektropanzer. Elektropanzer bräuchten wir auch theoretisch, gell? Den hebe ich erst mal auf. Genau wie das, das und das. Das brauchen wir auch nicht, oder? Ne, brauchen wir nicht. Oh. Brauchen wir nicht wirklich. Und das brauchen wir auch nicht. So super. Ich würde es jetzt natürlich gerne wissen. Zu aggressiven Begleiter wählen. Wo jetzt so, so Dinge über mich drüber stehen. Zauberspruch, Inventar, Fähigkeiten, Quest. Belohnung. Ja klar, aber wie viel habe ich? Wo steht das? Das muss doch irgendwo stehen. Wo steht das? Ich kann das nicht. Ich habe jetzt gerade Arschloch gelesen. Der Verste datengeluch. Oh mein Gott. Ich kann nicht sagen, wo steht. Ich mache auch hier an der Stelle nur kurze Aufnahmepause mal. Ich muss nämlich nur ganz kurz, dass er hier ist. Ich habe ja jetzt hier festgelegt, die Essenszeiten. Deswegen muss ich da mal hin und her. Deswegen muss ich mal ganz kurz eine kleine Auffall raus machen. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Adios bis dahin. Adios, amigos.